Hehe, der hat Fleischhauer gesagt, Mama, hehe, toll. Servus und Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 3D in einen Moment. Ähm, manchmal könnte man echt sich denken, so geht das sogar. Manchmal fokussiert sich die Kamera einfach nur schlecht, das möchte mich auch sehr entschuldigen. Im Übrigen, sind wir jetzt schon in Welt 3 Luftgalerie. Was, 58 Sekunden, das will ich toppen jetzt. Das will ich sehen, wenn man das in weniger als eine Minute schafft. Oh, okay, das ist dieser Schritt. Easy. So, weiter geht's ihm, let's play. Eigentlich wollte ich mir abgewöhnen, diese Spruche im Video zu sagen, aber es ist ja auch ein Let's Play. Deshalb kann man das ruhig mal sagen, weiter geht's ihm, let's play. Alter, bin ich schon durch? Äh. Sagt man jetzt nicht, dass ich schon durch bin. Oh, shit, mein Tanuki ist weg, fuck. Oh. Oh, mit einem Tanuki? Das Reserve? Schon mal, was davon gehört, Mario Zocker? Nö, was soll das sein? Es ist ein fliegendes Teil. Oh, ein fliegendes Teil? Echt jetzt? Sowas wie ein ähnlicher Waschbär? Genau sowas. Und ich höre jetzt mal auf, hier Rollenspieler zu spielen. So, schon mal schön fail. Okay, ohne, das war schon schwer. So, den Langjump direkt auszuführen. Naja, kackt drauf. Und weiter geht's. Am Ende des letzten Partes habe ich dann auch nochmal etwas Specialhaftes für euch vor. Da solltet ihr aber auch bitte darauf warten, was ich da vorhabe. Es wird was Tolles werden. Aber ich möchte euch noch nicht verraten, was es wird. So, 45 Sekunden. Ich glaube, sechs schlechter als der Rekord von uns. Ich möchte mich auf jeden Fall sehr bei euch entschuldigen, dass es in letzter Zeit diese Fokussierungsfehler gibt. Ich kann da leider nichts für. Es ist die Kamera, mit der ich aufnehme. Ich muss mir jetzt irgendwie bei Gelegenheit, ohne Scheiß, einfach mal eine Capture Cut für den 3DS zu legen. Und dann kann ich damit wirklich gescheiter aufnehmen. So, jetzt geht es zum zweiten Mal in dieses Level hinein. Ich muss mir merken, hier kommen Kugelwillis. Da kommen ebenfalls welche. Null Problemo für uns. So, ganz, ganz easy, ganz gechillt. Dem Typen haben wir ja nicht mal eine Chance gegeben. Also ganz, ganz easy for us. So, dieses Mal nicht so schnell. Oh, wir sind direkt kurz vorm Ende gefailt. Nicht mein Ernst, Alter. 54, neuer Rekord. Wunder, wunderschön. War es, glaube ich. 58, ja, 58. Naja, Rekord. Aber auch wirklich ganz, ganz knapp. Wir gucken mal, was meine Rivalen so haben. Ich muss mal ganz kurz die Kamera bewegen. Sorry. Es tut mir leid, dass es sich kurz so kacke fokussiert hat. Oh, jetzt sieht es doch ganz gut aus, eigentlich. Unser Rival hat... 52, okay, nice. Naja, jetzt könnt ihr euch eigentlich nicht beklagen. Jetzt ist die Qualität ganz gut. Das muss ich mir merken. Genau dieses Level. Und das ist direkt das Störte-Level. Okay, sehr schön. Es kommt auf jeden Fall gut an bei mir. Scheiße, was, die kommen her. Das ist nämlich kein Tanuki-Trop, die Scheiße. Passt. Das ist so ein Level, da kann man einfach nicht den Rekord aufstecken. Und, oh shit. Einen Moment. Ich mache mal kurz eine Pause, denn mein Nintendo-Roller läuft jetzt. Weiter geht's. Wow. Da war, glaube ich, ein Unglückspilz. Mein Gott, seit mann weiß ich das alles. Und wir sind auch wirklich so toll. Hätten wir uns doch lieber mehrmals ausgeweichen. Ah, leider. Komm, bitte, ein Tanuki. Bitte, dein Tanuki. Toll. Naja, was braucht man dafür eigentlich, ein Tanuki? Ich habe keinen Platz in Schimmer. Komm her. Nummer 1. Oh, jetzt kommen wir noch die auf den Haufen. Passt. Dann haben wir das verlorene Leben direkt wieder kassiert. Und hier war noch, glaube ich, ein Zehner-Münzen-Teil. Genau, das war das jetzt wieder. Aber am nächsten nicht anbelangt. So, ganz easy. Ganz gechillt. 17,52 schon. Ich habe sechs Minuten Treffen mit Kuppeln. Im TS wird zockt ein bisschen. Petroas. Ich weiß, dass hier im Moment scheiß wenig Videos kommen von Minecraft. Nicht beschweren. Ich habe immer ein bisschen Probleme. Mit Minecraft auf dem Laptop. Ich weiß selbst nicht, was das sein soll. Ich will doch auch Minecraft produzieren, Mann. Oh, nee. Und der kommt auch noch. Wow. Also, das war auch mal wieder das schönes. So kann man auf jeden Fall auch. Oh. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh. Oh, shit. Warum bin ich eigentlich gesprungen? But it makes no sense anymore. Ganz, ganz easy. Easy, get chilled. Es tut mir leid für diese schlechte Quali in diesem Video. Was? Als ob. Fresher Tanooki muss her. Als ob ich kann diese Magie doch nicht mal sehen, Mann. Bitte? Äh. Oh, Gott. Yay. Oh, wisst du was? Ich habe darauf keinen Bock mehr. Wir haben sogar noch Zeit, um ein neues Level zu bestreiten. Machen wir direkt mal. Aber ich bin mit einer jetzt dicken Quali echt derbe, derbe zufrieden. Sollte der eigentlich auch sein. Hier kann man nichts beklagen. Oh, das war das da. God damn. Oh. Noch besser. Hey. Oh, das war das da. God damn. Alter! Okay, nice! Scheiß drauf! Toll! Solche Rush-Vorsachen! Das ist das Schlimmste! Am besten noch auf Zeit! Dann wär's nicht mehr zu toppen von der Härte her! Nee, ohne Kack! So, Scheiß auf diesen... King Boo! Jawoll! Komm mal kurz her! Gott, bin ich gut! Die müsste sogar direkt ein neuer kommen, leider. Äh! Mit dir? Jawoll! Wuh! Also! Scheiß drauf! Weg hier! Einfach nur weg hier! Dass wir das dann doch noch so gut abgeschlossen haben, ist schön! Gut! Das nächste Level scheint irgendwas mit Kugel-Willis zu sein! Ich hab hier wie es scheint sogar einen Tothaus! Nehmen wir erstmal schön dankend an! Ich glaub das ist sogar das Geschenk Nummer 2! Mal gucken! Mal lest euch's genau durch! Was? Ich hab hier noch irgendwie schon mal in Erinnerung gehabt in einem Video von mir! Ja gut! Ja gut! Der Pilz als Reserve! Jawoll! Sehr schön! Ich bin! Nicht! Und erstmal möchte ich mich nochmal richtig bei euch bedanken, dass ihr mich auch wirklich gerade so fleißig abonniert man! Löhne! Das ist mega fett! Ich stehe jetzt schon bei... Soweit ich weiß 200... Ja hier! Ich hab kurz auf dem Bildschirm geguckt! 207 Abonnenten! Richtig korrekt und fett! Nice man! Ich heute morgen mal wieder so meine Abonnenten gecheckt habe! Beziehungsweise heute Mittag! Wow! Dachte ich mir nur so... Warum faile ich jetzt? Nein, nein Spaß! Dachte ich mir nur so... Wow! Schon wieder ein Abonnent! Mega fett! Kommt! Macht weiter so Leute! Damit können wir direkt mehr erreichen! Ich möchte auf jeden Fall viel erreichen! Mit meiner netten Community! Mit meiner nicen Community! Verarsche! Ich hasse es! Ich hasse so etwas! Ich hasse balancieren auf sowas! Guck doch erstmal an! Geh du mal kurz sterben! Danke dir! Ich bin ja eigentlich gar nicht mehr so... Oh! 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 Endlich! Endlich! Endlich mal korrekte! What? What? What?! äh kein interessanten schweiß anzug alter wieso kommt die so schnell rota 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 alter komm her ich zeig dir wer der boss ist wer ist hier er was ich würde du wieso habe ich dafür mal 100 sekunden gebraucht 150 muss ich mich damals verstehen das muss ich mir mal wieder in dem let's play angucken wir haben eine bestzeit von 71 jetzt also neue bestzeit ich würde sagen machen wir noch welt 4 4 ja das scheint schon sympathisch ähm ich nehm es vollkommen zurück oder doch nicht es ist sogar sympathisches level hier mit den ganzen mobs gehen Telefon klingelt ich kann nicht gehen nicht mein ding wir haben jetzt sogar noch mehr als 60 sekunden zeit oh ja perfekt nur wegen dem mob habe ich das hier jetzt gerade gemacht nice aim komm her so holen wir uns noch kurz das da ab kassier noch kurz das da ein das da und dann passt das so noch ein level machen meine part 67 neue bestzeit sehr schön und dann haben wir auch schon wieder sozusagen eine welt geschafft wenn man das alles hier mal zusammenrechnet wir waren ja das letzte mal auch hier stehen geblieben es scheint so wie ein geister level es soll bitte nur was normales sein jawohl genau so wollte ich das genau so wollte ich das das läuft perfekt im moment natürlich so kannst du natürlich noch geiler laufen definitiv kann es nicht besser laufen im moment kleiner geist aber nur ganz klein kleiner geist aber nur ganz klein aber nur ganz klein alter leute what the nice schon durch diesem scheiß sind wir schon durch wie geil jawohl definitiv ging das jetzt ganz ganz schnell in 77 soweit ich weiß 1 und ein neuer rekord auch noch wir stehen dann demnächst mal beim luftschloss wieder bei unserer rivale 85 also wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich hoffe dass es euch gefallen hat wenn es gefallen hat like nicht vergessen abon da lassen wenn ihr wollt bis zum nächsten mal tschau